Ja und willkommen zurück zu Gothic 3. Und wir sind stehen geblieben in Kapthun und da drüben sehe ich eine Insel und eine wüstenartige Gegend. Aber dort drüben sind wir noch nicht. Wir sind erst einmal hier und gehen dort rauf. Und schauen was dort oben so alles ist. Hier muss die Arena sein und der Leuchtung und ich sehe gleich Heilpflanzen. Ich will unbedingt Heilpflanzen haben. Ich brauche viel Heilpflanzen. Hallo? Ja, danke. Danke. Hier sind viel Heilpflanzen. Gibt es hier irgendwelche Schätze? Hier ist ja auch ein Friedhof. Sonst ist hier irgendwas weltbewegendes. Da sehe ich doch noch was. Eisenhalben. Heilpflanze. Und noch mehr. Oh mein Gott. Das sind ja viele Heilpflanzen. Okay. Interessant. Hallo? Da bist du. Noch mehr Heilpflanzen. Ich nehme alles mit. Alles. 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 Das ist eine Höhle. Da ist eine Höhle. Eine Höhle. Lol. Ich fürchte, da ist nichts drinnen, oder? Oh. 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 Da ist doch was drinnen. Ja. Okay. Ein paar Pflanzen. Ist ganz nett. Ja. Ist ganz nett. Aber sonst eher wenig. Vielleicht sind diese Felsnässe auch extrem wertvoll. Ich weiß es nicht. So. Da ist noch eine Heilpflanze. Und ein Wolfsfell. Das gehört jetzt mir. Ich liebe Wolfsfelle. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Halt! Keinen Schritt weiter! Warum? Nein, wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Okay. Steig mit mir in die Arena, wenn du dich traust, Schwächling. Geh zu Alter an, sag ihm, dass du kämpfen willst. Ja, das traue ich mich noch nicht. Wenn er mich umhaut, dann habe ich mein Schwert verloren. Oh, aber das ist toll. Das Waffenbündel gefällt mir. Kümmere dich besser um deinen Kram. Mach dir keinen Ärger, klar? Du hast doch sicher noch wichtiger, dass du nicht. Da drinnen, Waffenbündel. Oh, ja. Äh. Wenn ich diese Ding der Hellebarde klaue, ich speichere mir mal lieber. Ich habe das Gefühl, wenn ich die klaue... Sagen sie nichts? Alles klar. Sie sagen nichts? Okay. Bist du hier, um in der Arena zu kämpfen? Ah, das ist die alles entscheidende Frage. Was kann ich in der Arena gewinnen? Der Champion der Arena bekommt ein Schwert. Verlierer bekommen gar nichts. Ah. Ich will in der Arena kämpfen. Wenn du es schaffst, ihn zu besiegen, sehen wir weiter. Äh. Jetzt habe ich mich verklickt. Was muss ich jetzt tun? Geh in die Arena und kämpfe. Wenn du sie verlässt, hast du verloren. Jetzt habe ich mich... Ah, shit. Ich wollte das nicht klicken. Ich wollte auf Ende klicken. Ah, scheiße. Wenn ich den Kampf jetzt verliere... Ja, dann muss ich wohl was... Ah. Den lege ich ja mal auf 3. Das wird jetzt schwierig. Ah. Ah. Fuck. Du hast doch bestimmt Gold dabei. Die Waffe gehört jetzt mir. Wenn ihr so weiter macht, das ja gut. Ah. Ich denke, der Röpfer war okay. Hm, 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 hm. Hör bloß auf mit der Scheiße. Ich gewinne gegen den nicht, ne. Der ist zu stark. Wo kann ich mich heilen, Junge? Wo ist eine Heilpflanze? Tu dich einmal auf 5. Ich will den letzten Kampf wiederholen. Ich wusste es. Geh in die Arena. Orak, es gibt einen Kampf. Dann zeig. Geh in die Arena. Oh Fuck No Ich habe einen großen Fehler gemacht Ich habe einen verdammt Ich habe einen verdammt großen Fehler gemacht Shit Wenn ich das jetzt nicht schaffe Dann habe ich mein gesamtes Geld verloren Alter Tja Ich hätte ihn jetzt fast gehabt Was mache ich dann? Wie schnell ist das eigentlich? Wie schnell ist eigentlich so ein Ich möchte jetzt nochmal was probieren Weil dieser Steck ist normal ziemlich schnell Ich will den letzten Kampf wiederholen Ich wusste es Geh in die Arena Orak es gibt einen Kampf Dann zeig Dann 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 Ich hab' den Typen nicht! Ich schaff den Typen nicht. Ich muss besser spielen. Ich muss besser spielen. Was habe ich sonst noch? Tricks und Tipps? Verdammt. Wenn ich das jetzt nicht schaffe... Shit! Ich will den letzten Kampf wiederholen. Ich wusste es. Geh in die... Orak, es gibt einen Kampf! Dann zeig mal, was du drauf hast! Leute, es gibt einen Kampf! Nee, das ist einfach... Ich habe keine Chance! Die Waffe gehört jetzt mir! Ich habe keine Chance gegen den! Ich könnte es noch einmal probieren... Mit dem rostigen Schwert! Aber dann geht mir ehrlich gesagt... Oh! Oh! Wait a second! Wait a second! Ich will den letzten Kampf wiederholen! Ich wusste es! Geh in die Arena! Orak! Es gibt einen Kampf! Orak! Es gibt einen Kampf! Dann zack! Guter Treffer! No! Du bist draußen! Der Kampf ist vorbei! Waffe nicht! Verdammt! Alter! Sind die Kopfnüsse meine letzte Rettung? Alter! Ich will den letzten Kampf wiederholen! Ich wusste es! Geh in die Arena! Alter! Ich will den letzten Kampf wiederholen! Ich wusste es! Geh! Dann zeig! Leute! Es gibt einen Kampf! Guter Treffer! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Es reicht nicht! Komm schon! Please! No! Ich habe keine scheiß Waffe ausgerüstet! Alter! Achso! Ich kann... Ah! Ich nutze jetzt einen... Bug aus! Tut mir leid! Das ist auch das einzige Mal, wenn ich diesen Bug ausnutze! Im Inventar... Achso! Ich kann... Tut mir leid! Kann mich der Gegner ja nicht angreifen! Kann mich der Gegner ja nicht angreifen! Kann mich der Gegner ja nicht angreifen! Alter! Oh! Haha! Hahaha! Hahaha! Alter! Ich habe mein ganzes Zeug wieder zurück! Holy shit! Alter, ich habe alles verbraten, was es zu verbraten gibt, das ist nicht mehr schön gewesen. Das war sinnlos, nur weil ich auf diesen Besiege-Misch-in-der-Rena-Scheiß gedrückt habe. Alter, so peinlich. Ich habe meine ganzen Heilpflanzen aufgebraucht. So, noch mal drücke ich da nicht drauf. Und ich hätte so viel Heilpflanzen gehabt. Alter, leck mich doch. Was hast du noch zu sagen? Du Mistkerl, bist verdammt gut. Respekt, du wirst es bei den Gladiatoren weit bringen. Mach dir keinen Ärger, klar? Alter, ich will doch nur da rauf, alter. Sonst gibt es hier nichts, oder? Nee. Ich muss... Sag jetzt bitte nicht, dass ich hängen geblieben bin. Nee. Geht noch, okay. Ich muss jetzt erst einmal schlafen. Hier gibt es auch nichts. Gut. Du hast gewonnen, aber dein Gegner war leicht. Also, bild dir nichts ein. Wenn du willst, schicke ich dir einen guten... Äh, nee, nee, lass mal. Nee, lass mal. Nee, nee, nee. So schnell bitte nicht. Kann ich hier eigentlich schlafen? Kann ich nicht, fuck. Gut. Ich habe meine gesamten Heilpflanzen verschwendet. Das regt mich jetzt wieder voll auf. Aber ich will... ...will das fair spielen, also. Es war jetzt zwar auch nicht ganz fair, aber okay. Ich brauche doch nur ein Bett. Gebt mir doch verdammt nochmal ein Bett. Ich kriege gleich die Kristallis im Bett. Boah, alter. Was hat der eigentlich für ein Schwert gehabt? 45er... Nicht so unbedingt. Der Probiantmeister Deckard freut sich über die Tränke. Gut gemacht. Nein. Wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Jo, was gibt es sonst noch diese Wölfe genau? Ich habe aber jetzt den Teleportstein von... ...Kaptun. Jetzt habe ich mir auch eine Uhr hergerichtet. Das heißt, ich würde nächste Folge... ...jetzt wirklich beinhart... ...mich auf dem Weg machen... ...zur besagten Quest-Erleichterung. Nicht Quest-Spielerleichterung. Und das ist kein Cheat. Deswegen eigentlich recht gut. Allerdings ist der Weg lang und gefährlich. Aber falls es zu gefährlich... ...werden wird... Oh, da ist Sumpfkraut, oder? Jo, alles klar. Falls es zu gefährlich wird... ...können wir uns ja noch immer weg-teleportieren. Und für diese... ...Spielerleichterung müssen wir einen sehr... ...langen und schweren Weg... ...hierauf... ...in Angriff nehmen. Und ich weiß nicht... Ich glaube hier. Hier müsste das sein. Irgendwo hier. Und für das Zweite... ...was ich mir auch noch denke... ...das ist ein bisschen weiter entfernt. Ich weiß nicht, ob ich das mache... ...aber hier gehe ich auf jeden Fall hin. Deswegen... ...werden wir uns in der nächsten Folge... ...beinhart auf den Weg machen. Wir speichern nochmal. Dann würde ich sagen... ...schüss mit Ü... ...und Schau mit Au. Ich habe schon gespeichert. Tschüss.